Willkommen zurück zu Let's Play Amnesia Part 10. In der letzten Folge waren wir da hinten im Lager und ich schwöre euch, ich werde nie wieder in dieses Kacklager gehen. Hier haben wir alles geholt, wir haben ja die Dampfstäbe. Ich weiß nicht, ob wir das Rätsel gelöst haben, aber ich muss jetzt noch das Rätsel lösen. Die Dampfstäbe richtig einfügen, das war wo diese drei komischen Löcher waren und Kohle in den Ofen haben wir ja schon. Die Dampfstäbe sind ja auch schon eingefügt. Ich würde mal sagen, wir fangen mit dem Rätsel hier. So, jetzt muss 8 ergeben. 3 4 5 6 7 4 4 4 4 4 4 4 4 5 4 5 5 7 5 Haps Haps 2 4 5 6 7 4 5 6 7 1 2 3 6, was da, was, äh, hä? Was soll jetzt? Moment. Nee, hab's doch nicht, sorry, fuck. Nee, 8 war das, ne? Das war 8, nicht so. 4, 5, 6, 4, 6, 7, das war 8, nicht eben, wieso kam ich mal auf 7? Hm. Okay. 5, 7, warte mal kurz. Mal nachgucken. Die Maschine. Moment. Tagebücher. So, hier. 8, okay, aber doch 8. Hm. Das ist doch wieder ein Kackrätsel. Da gibt's schon 9. Da gibt's auch schon 9. 4 Schüsse gibt nur, es ergibt 8. 5, 6, 7 und 8. So, das war ganz schwer. Kein Wunder, wenn ich glaube, wir sind auf 7 gegangen. So, der Dampf, der Dampf, der Druck läuft. Haben wir den Druck. Warum drücke ich mich? Ja, hoffentlich kommt ja kein Monster. Schau mal. Schau mal, die Tür geht in den Kopf. So, wo kommt das? Das sind die Frühstühle, warte mal. Kreisen, Dreheck und Vier. Wo kommt das was rein? Moment. Strömungs Kreislauf, Vier Phasen, Antium, und Trinity. Kreis, Trinity ist das Dreieck. Kreis ist, ich glaub's nicht, wenn das stimmen sollte. Ja, ich mach's jetzt für ganz intelligent. Hä? Klappt? Strom ist da, der Druck ist da. Zahnräder sind angebracht. Die Kohle ist drin. Dann lassen wir jetzt mal die Maschine laufen. Ofen brennt. Dann go. Das klappt. Komm, wir rücken, wir jetzt theoretisch schon aufzufrinden. Oh mein Gott, nein. Oh, einfach renn, renn, einfach, renn, einfach. Einfach. Ja, ich bin so schockiert zu lesen. Die heutigen Parts sind echt... Oh Gott. Die heutigen Parts sind wirklich sehr spannend. Also, ich kann's heute echt nur empfehlen, zu gucken. Was funktioniert da? Hätte später hatte er das Buch des Monarchen. Er suchte nach Addierungen und erzählte neun verschiedene Könige aus ganz Europa, wurden mit einer Kugel in die Hand dargestellt. Cool. Wir haben fast auch kein Öl mehr. Die fahren immer tief... Oh mein Gott, nein. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott! Oh mein Gott. Oh mein Gott. Ich bin hier drin. Ja, hier sind wieder diese Blütenblätter. Ich weiß nicht, sollen wir weitergehen? Im nächsten Part. War ein kurzer Part, aber ihr habt ja auch einen langen Part von Ihnen gehabt. So, die zwei Folgen werdet ihr nachher sehen. Also, die eine habt ihr ja schon gesehen, das ist die zweite Folge. Wir sind ja nicht live. Jetzt live, ja. Und mein Kopf werdet ihr nachher auch noch sehen. Das ist der letzte, der nicht hoch drin. Also, nicht der letzte, das letzte Projekt. Also, ich meine, den letzten Part von den heutigen drei Parts. Und dann wünsche ich euch viel Spaß. Und wir sehen uns beim nächsten Mal, wenn es halt wieder heißt. Let's Play Amnesia, The Dark Descent. Schau, Leute.